Ich finde das richtig mutig. Ich rechne sowas. Ich kann es ja keinem böse für sein, wenn er dir seine Liebe gesteht. Nee, aber unangenehm halt, wenn man es nicht erwidern kann. Ja, aber finde ich trotzdem krass mutig. Ja, ich finde es auch krass mutig. Wir laufen. Wir laufen. Benita ist wieder kurzzeitig da. Hallo Benita. Hallo. Und überhaupt, hallo zusammen mit so einem herzlichen Willkommen zum Köln 50 667 Podcast. Hier sind Annika und Benita. Ach, das fühlt sich doch wieder wie normal. Letzte Woche hier Sonderfolge mit Producerin Tara. Super cool. Ja, ich fand es auch sehr lustig mit ihr, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, du hast mit Markus auch mal so Spaß gehabt. Sag mal kurz, weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr recherchiert. Habt ihr zweimal oder dreimal schon aufgenommen? Ich glaube dreimal. Ja, da hatte sie doch recht. Ja. Tatsächlich war das jetzt das dritte Mal. Mensch, aber ich dachte, es wäre nur zweimal gewesen. Na egal, in einem Jahr kann man sich da schon mal vertun. Auf jeden Fall. Und heute eine Sonderfolge im Sinne einer Urlaubsfolge. Benita hat nicht geschaut. Ich tanze hier alles quasi vor. Genau. Ich bin jetzt praktisch 24 Stunden hier. Und das Einzige und Wichtigste auf meiner To-Do-Liste ist der Podcast. Ja. Das nenne ich, wie sagt man denn da? Dedication. Dedication oder die richtige Prioritätensetzung. Ganz genau. So, also dann setz dich jetzt mal zurück, hol Chips und Kohle raus. Ich mache es auf Eurythmie und tanze dir die Woche vor. Oder auch nicht. Also, also. Eigentlich sogar praktisch die letzte Zeit. Zwei Wochen, ja genau, weil du weißt ja gar nicht. Hol mich mal ab. Also, du hast ja im Podcast gehört, deswegen ein bisschen weißt du, aber okay. Lea und Ray. Also, der Ray ist ja immer noch Callboy. Und die Lea hat ja irgendwie sich auf die Fahne geschrieben, sie möchte ihn quasi überzeugen, dass sie die bessere Wahl ist als der Callboy-Job. Klar. Klar. Also, ich bitte dich. Casual, mal kurz jemanden von seinem Job abbringen. Ja, und das ist ja nicht nur ein Job. Zahlt sie ihm dann das Gehalt dafür, dass sie seine Freundin sein darf? Das weiß man nicht. Naja, und dann kommen halt so richtig unangenehme Situationen, so zum Beispiel, ich meine, er hat ja diesen komischen Mr. Bombastic-Klingelton und dann sind die beiden gerade so in sexy time und dann plötzlich klingelt sein Mr. Bombastic-Telefon und dann sagt er halt zu einer Kundin, und dann so, hey, ich freue mich. Hey, ist natürlich auch echt unangenehm, ne? Das ist halt wirklich unangenehm. Und vor allem auch, ich denke mir halt immer, du weißt halt vorher, worauf du dich einlässt, ne? Also, wenn jetzt, ich habe, ist ja ganz normal, dass wahrscheinlich Prostituierte und Callboys, ich weiß nicht, wie man das richtig gendert, auch Beziehungen haben. Aber, also, das ist ja dann auch nur ein Job. Damit solltest du halt schon klarkommen, wenn du so jemanden datest, oder? Ja, genau, und für Lea ist ja ganz klar, da komme ich nicht mit klar, und deswegen sozusagen ist die einzige Variante, ihn von dem Job abzubringen. Und deswegen hat Lea, ich meine, Lea ist nicht, also sie ist ja nicht dumm, und Leas Plan ist dann einfach, sich auf so rar machen. Wie sagt sie, sagt sie ja, glaube ich, in der Woche auch irgendwie, wie sagt das, wie heißt dieser Spruch? Ich kann ihn auch nicht mal, mach dich selten, willst du gelten, mach dich selten, oder so. Ja. Und das ist dann ganz lustig. Das habe ich noch nie gehört, aber es klingt, als wäre es ein Spruch. Ach so, ja, das ist so. Kaufe ich dir total ab, du kannst mir alles erzählen. Nein, das ist ganz lustig natürlich, es hat so ein bisschen was Witziges, weil er läuft dir, würde ich sagen, schon fast so ein bisschen nach, und sie dann immer so, ach so, sorry, Baby, ich habe gerade heute gar keine Zeit, oder im Vanity flirte sie mit so einem anderen Typen, und dann kommt der Ray und sagt so, hey, Süße, und sie so, ach so, schön, dass du da bist, aber ich bin hier leider gerade voll beschäftigt, also ich kann da leider gerade gar nicht. Das ist bestimmt geil. Und das ist ein bisschen witzig, weil ich finde, es passt so unglaublich gut zu Lea. Ja. Na ja, und dann kommt es aber irgendwie natürlich, wie es kommen muss, oder auch nicht, irgendwie die beiden, er sagt dann so, äh, du hast gar keine Zeit, irgendwie, was willst du denn eigentlich, oder irgendwie mich doch nicht, und dann sagt sie, äh, doch, wenn ich ganz ehrlich bin, will ich nur dich, und dann sagt er, und ich nur dich, und dann könnte alles so gut sein. Klingt nach einem sehr dramatisch-romantischen Moment, den ich ungern verpasst habe. Ja, total, total, das war auch dramatisch-romantisch, und dann kommt aber quasi so diese, ich weiß auch nicht, wie soll ich sagen, vielleicht ist es eine Mann-Frau-Geschichte, die beiden haben Sex, alles schön, das erste Mal quasi als Paar, oder als was auch immer, und dann sie so, ach, ist das schön, und er dann aber halt doch irgendwie wieder so, na ja, das war jetzt halt Sex, ne. Und da ist sie dann so sauer, dass sie sagt, okay, raus mit dir. Wenn du, wenn es für dich hier nur casual ist, dann raus, raus, raus. Aber, also, ich weiß ja nicht, ich hab's ja nicht gesehen, hat sie sich mit ihm mal schon unterhalten? Weil, das habe ich gesehen, aber hat sie immer nur Sex mit ihm? Nein, die haben sich auch unterhalten, und sie hatten auch, also wirklich in der WG, eine nette Zeit zusammen, und ich finde auch, er ist sehr sympathisch und hat auch Spaß mit den anderen. Ich will dich auch nicht sozusagen da jetzt zu lange aufhalten, oder wir brauchen uns nicht so lange aufhalten. Es kommt sozusagen zu einem zweiten Hinterher-Rennen-Episode, er stellt dann doch fest, er sagt zu Paco, er hat noch nie für eine Frau so Gefühle gehabt wie für Lea, und er wäre sogar bereit, sein ganzes Leben für sie zu ändern, und das sozusagen... A.k.a. Job aufgeben. A.k.a. Job aufgeben, und das bewegt dann sogar die Lea dazu, die eigentlich ihm abgeschworen hat, gesagt, ich will mit ihm nie wieder zu tun haben, zu sagen, okay, Ray, then let's start. Ich wollte gerade sagen, a marriage, aber nicht so ganz, aber so irgendwas Ernstes. Und dann kommt aber natürlich, ich meine, jetzt muss man ganz klar sagen, ist da Vertrauen schon ein bisschen missbraucht oder gebrochen? I don't know. Jedenfalls kriegt der gute Ray eine Nachricht von, oh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, also jedenfalls ein weiblicher Vorname. Unser Termin heute Nachmittag steht, ich freue mich auf dich. Ja, genau, so wie du guckst, weißt du schon, was kommt. Lea hat mittlerweile nämlich den Schlüssel von seinem Zuhause und steht da natürlich, er hat gesagt, hier hast du meinen Schlüssel. Und dann... Oh mein Gott, wie lang war ich weg? Bei Köln geht's schnell. Naja, und dann platzt sie da halt rein und sehr awkward Moment, weil es ist eine ältere Dame und sie so, ey, du hättest mir wieder sagen können, dass du doch wieder Callboy bist. Und dann stellt sich raus, das ist A, seine Mutter und B, die gar nicht wusste, dass er Callboy ist. Oh, 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 Upsi, Upsi. Ach du Scheiße. Ja, und dann daraufhin, also sozusagen, dann kriegt er das irgendwie wieder gerade gebogen, aber sagt dann so, du ganz ehrlich, Lea, ich weiß gar nicht, ob wir beide wirklich so richtig füreinander sind, weil wenn du mir überhaupt nicht vertraust und mir nur Stress machst, ähm, egal. Aber du meintest doch, sie hat ja keine, sie hat ja Trust Issues und du hast gemeint, die sind vielleicht gerechtfertigt, aber warum denn? Er war doch von Anfang an ehrlich. Naja, schon, aber er sagt ja, er hat ja schon am Anfang auch kein Hehlen draus gemacht, dass er den Job sehr gerne macht. Ja, aber wenn er dann sagt, ich gebe ihn auf, dann, warum sollte sie ihm nicht glauben? Er hat ja auch davor gesagt, ich gebe ihn nicht auf, also ich mache das noch weiter und hat es ja auch gestimmt. Ja, ja, jetzt, wenn du es so sagst, klingt das plausibel. Schon pragmatisch gesehen einfach ist es ja, also wenn dir jemand nie dich anlügt, dann finde ich, hast du auch keinen Grund zum Misstrauen, oder man hat man nicht immer so ein bisschen in so einer Beziehung am Anfang so einen Vertrauensvorschuss. Naja, aber Lea sagt ja sowieso, sie hat Trust Issues grundsätzlicher Natur. Ja, das ist klar. Die ist auch ein bisschen psycho. Naja, und vor allen Dingen sozusagen, jetzt macht sie dann noch das, was sie machen kann. Sie bietet ihm einen Job an als Bartender im Vanity und das probiert er auch aus, tatsächlich. Mit Luca, der da auch noch arbeitet oder arbeitet er nicht mehr? Der arbeitet da nicht mehr, allerdings der kriegt es da mal mit, dass der jetzt da arbeitet und macht ihn sehr, sehr, sehr blöd von der Seite an. Ist auch sehr strange. Stell dir mal vor, diese Kundschaft, das war ja Kundschaft von Ray auch mit ihm im Vanity. Und jetzt kommst du plötzlich, sozusagen du kannst mit ihm jetzt nicht mehr, wie sagt man, also du kannst ihn nicht mehr anrufen und dann plötzlich gehst du in den Club, zufällig ja auch wieder und dann steht er plötzlich hinter der Bar. Das ist eine ganz komische Nummer. Das ist schon super seltsam. Ich glaube generell, also ich würde mir auch keinen Callboy suchen, der in der gleichen Stadt wohnt wie ich. Ich würde den anfahren lassen, damit ich dem nicht zufällig über den Weg laufe, weil das kann ja sonst immer passieren. Ist ja auch schon unangenehm, wenn du den mit einer anderen siehst oder so. Ja, das oder eben umgekehrt. Ich würde dann ehrlich gesagt, wenn ich mein Callboy-Dasein aufgebe, die Stadt wechseln. Weil ich mir denken würde, du hast eine Freundin, bist happy und dann triffst du so ehemalige Kundinnen. Das ist schon komisch. Und vor allem, ich meine, das wird bestimmt auch noch ein Problem, wenn er ehemalige Kundinnen trifft und er das dann sieht. Ja klar, natürlich. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, das ist ja, jetzt würden wir hier rumlaufen und man sieht unsere Ex-Freunde. Ist halt nicht so besonders toll, aber es passiert halt. Also bis wenn du hier mit deinem Partner rumläufst und du siehst den Ex-Freund. Richtig, aber jetzt wie viele Ex-Freunde hast du? Hier in München? Ja? Gar keins. Siehst du. Keine Ahnung, ich habe ein paar mehr, aber. Das klingt ganz falsch, das sei Annika hier geboren. Genau, das ist, weil ich von hier komme. Und ich nicht. Nein, natürlich. I missed you. Aber jetzt stell dir mal vor, der wird jetzt ein paar Kundinnen haben und nicht nur 1, 2, 5, sondern vielleicht so 50. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, wenn du Callboy bist, jemanden über den Weg zu hoffen, den du kennst. Klar, das ist eh klar. Und ich würde dann auch nicht wollen, dass jemand dann vielleicht irgendwie, du bist auf irgendeine gemeinsame Einladung, ich sehe das schon eine unangenehme Situation, du bist eingeladt auf irgendeinem Sommerfest und irgendwie gehst du dann mit deiner neuen Freundin hin und irgendwie dann ist auch deine Kundin vielleicht mit ihrem Partner da, soll ja durchaus geben. Oh, und dann so, oh, äh, hallo, äh, ach ja so, ja, mit dem war, das, äh, boah. Ich wundere mich auch, dass Lea jetzt wieder mit Ray eine Story bekommen hat, weil sie ja in echt mit Pascal, also Luca zusammen ist. Und ich mir dachte, ja, die zwei, also das würde ich jetzt länger halten für die Knutszenen, die wir alle so drin sehen wollen. Das habe ich mir auch gedacht, aber ich habe mir kurzzeitig dann gedacht, also aber Leute, das ist jetzt wirklich, also ich habe keine Ahnung und das ist auch wirklich jetzt, also. Wir spekulieren hier noch. Wild spekuliert. Vielleicht haben die festgestellt, dass das gar nicht so geil ist. Ja, vielleicht. Also gar nicht im Sinne von geil, sondern im Sinne von, es macht keinen Spaß. Ja, vielleicht haben die, wollen die sich nicht dauernd so streiten und fetzen. Ja, oder vielleicht will man auch nicht 24-7 die ganze Zeit drehen und leben zusammen. Das stimmt, keine Ahnung. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, da müssten wir jetzt, jetzt blöd, jetzt haben wir gerade Folgen mit Tara und Markus, die es uns eh nicht gesagt hätten. Aber, äh, ja Leute, was denkt ihr denn darüber, äh, warum ist jetzt Lea mit Ray und wer passt besser zu Lea? Ja, also ich finde ganz klar Ray, also der ist so schön und die beiden, also Lea ist ja auch schön und ich finde die beiden zusammen ist schon schön, schön. Ah ja, wenn du das sagst, da vertraue ich total deinem Wurzeln. Ja, du hast sie auch noch schon zusammen gesehen. Ich habe, ja, aber ich habe den Ray, ja, er ist schon ein hübscher Mann. Ich habe ihn auch Sunray genannt, also so schlecht kann er ja nicht sein. Sunray, stimmt. Wir sind so witzig. Ja, nee, ich habe, ähm, nee, er ist schon ein hübscher Mann. Ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nur die Dynamik zwischen den beiden jetzt noch nicht liebevoll gesehen, sondern bis jetzt nur rein. Ach so, rein. Ah, Tiger, komm her. Ja, so ist es immer noch. Okay, okay. Okay, ja dann. Deswegen kann ich dir auch jetzt schon sagen, also wir können den Einblick, Ausblick, da wird es nächste Woche auch Thema. Erzähl ich dir gleich. Dann kommen wir weiter zu lieben Jill. Halt dich fest, Jill ist schwanger. Darüber haben wir ja noch gesprochen. Ach, weil wir es schon gesehen hatten. Das habe ich noch in der Vorschau gesehen. Ja, genau. Also Jill, also tatsächlich nicht Lucy, sondern Jill ist schwanger, das wird auch bestätigt und Jill ist die ganze Zeit nur fertig, 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 will aber Patrick nicht die Wahrheit sagen. Na, oh, sie hat ihn ja schon bestimmt eine Woche nicht mehr angenogen. Genau, das kommt dann Lucy, sagt dann immer, bitte sag ihm doch die Wahrheit und wenn du es ihm jetzt nicht die Wahrheit sagst, bla bla bla, sie sagt ihm nicht die Wahrheit, sondern stellt für sich eher fest, sie möchte das Kind eher nicht haben. Einfach aus Gründen, weil wegen Ausbildung zu jung und zu viel Verantwortung und hat einen Termin zur Abtreibung. Ach krass. Ohne Patrick was zu sagen. Sie kommt davor auch kurz ins Krankenhaus wegen einer anderen Sache, weil sie die Treppe runterfällt, aber dem Kind geht es gut und ihr auch. Ja. Bladidadidah. Gut, und dann ist am Freitag dieser Termin zur Abtreibung und sie geht auch hin und sagt dann immer, ich kann das nicht und geht. Und jetzt will sie das Kind offensichtlich doch behalten und will Patrick sagen, dass er Vater wird. Der will ja schon ewig Papa. Eben, der will schon ewig Papa werden. Und jetzt sucht sie nun die ganze Zeit aber irgendwie eine gute Möglichkeit, ihm das zu sagen. Ja, ja, oh Gott, das wird sie ja so wieder noch ziehen. Und plant da so ein Essen mit Babyschüchen und hast du nicht gesehen? Und dann, Patrick weiß ja gar nicht, was sie plant und sagt dann so, ach so, ach du wolltest kochen, ich wollte heute eigentlich gerne was anderes machen. Und sagt sie, ja, ist okay. Und jetzt habe ich nämlich eine Frage an dich, Benita. Glaubst du an sowas, ach so, dann sollte das wohl gerade nicht sein, sondern dann, dass es so schicksalsgetrieben ist? In so einem Moment, wenn ich in der Situation wäre. Ja, weil sie denkt sich jetzt, okay, dann war das vielleicht nicht das Richtige mit Kochen und Babyschüchen, sondern muss ich mir was Besseres ausdenken. Nee, ich werde todessauer. Als meine Eltern mir erzählt haben, dass ich einen kleinen Bruder bekomme. Ja, da war ich ja zehn, also neun zu dem Zeitpunkt. Und da haben sie mich gezwungen, abends essen zu gehen. Ich wollte halt nicht. Ich war halt neun und ich war so, nee, kein Bock essen zu gehen und so. An alle neunjährigen da draußen so dumm, nehmt das gerade das Essen. Aber ja, auf jeden Fall, ich wollte nicht mit. Und dann haben sie mir beim Abendessen erzählt, ich war richtig bockig, so vor Pubertär. Und dann beim Abendessen haben sie mir dann erzählt, ja übrigens, du kriegst ein Geschwisterkind. Also wir wussten damals noch nicht, aber du kriegst ein Geschwisterkind. Und ich war einfach immer noch so sauer, dass ich mich gar nicht richtig gefreut habe, weil mein Vater war so, na, bereust du es jetzt, dass du zickig warst? Und ich war so, nein, nein. Und ich finde, deswegen, es ist so ein, also ich wäre in dem Moment, ich würde nicht denken, nee, es ist Schicksal, ich würde denken, boah, was für ein Arsch. Auch wenn er es gar nicht wissen kann. Ja? Ich würde denken, was für ein Arsch. Echt? Nee, ich denke mir immer dieses Everything happens for a reason. Wenn das jetzt gerade sozusagen eher was anderes vorhat, dann soll das eine bessere Situation sein und nicht die. Ich glaube, das könnte ich gar nicht. Also, wenn das jetzt meine Freunde hören, dann werden die auch lachen und das bestätigen. Ich bin so jemand, sowas könnte ich ungefähr für, wenn ich jetzt schwanger wäre, da weiß ich, dass ich noch, während ich mir die Hose wieder hochziehe nach dem Schwangerschaftstest, wahrscheinlich meine beste Freundin zumindest anrufen würde oder meine Mama oder irgendjemand. Oder mich. Oder dich. Safe. Also, 100%. Ich könnte es niemals für mich behalten. Ich habe auch voll diesen Plan, wenn es jemals passiert, dass ich so, dass dann meinem Freund sage, so, ja, und dann auch so ein Ding mache mit Babyschüchen und so. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es könnte, weil ich kann sowas gar nicht für mich behalten. Das ist immer das. Mein Freund sagt auch immer so, oh mein Gott, wenn man dir was erzählt oder wenn dir was passiert, du erzählst es einem eh innerhalb von fünf Minuten. Es würde nie die Situation passieren, dass du irgendwie sowas für dich behältst und jemanden überrascht oder so. Das fällt mir ganz schwer. Okay. Aber, also nee, ich glaube, in der Situation nicht. Sonst bin ich ja schon so jemand, der immer sagt, ja, das ist jetzt ein Zeichen und so. Aber, naja. Wir werden sehen. Könntest du das? Könntest du das jemandem so vorenthalten? Naja, ich finde, es kommt sehr darauf an, jemanden vorzuenthalten, dass er Vater wird. Also, das ist ein Unterschied. Oder ob ich jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, was anderes. Ich sag's dir, ich würde schon diese zwölf Wochen, die man warten soll, ich würde sterben. Ja, die fühle ich ganz furchtbar. Ich würde sterben, weil ich würde, ich würde, Katastrophe. Ich weiß nicht, wie ich damit jemals umgehen soll. Ich hab noch nie darüber nachgedacht, aber ich bin echt nicht gut in sowas. Ach ja. Ja. Naja. Die arme Jill, aber, also ich meine. Ja, aber glaubst du denn, dass sie es hinkriegt? Mit dem Baby? Ja. Ja, ja, das hat ja sogar diese, die Charlie hingekriegt und die war viel verplanter, würde ich sagen. Ja, noch viel jünger. Oder noch jünger auch. Also, ich glaube, die Jill kriegt es wunderbar hin. Ich glaube, die geht da drin richtig auf und vielleicht wird sie auch mal ein bisschen erwachsen dadurch. Ja, vielleicht. Vielleicht nimmst du Jan. Meinst du, wir kriegen ein Köln Baby? Na, ich weiß es nicht. Ich hab so ein bisschen Sorge, dass das irgendwo zwischendurch schief geht, aber ich weiß es nicht. Und ich muss uns so ein bisschen daran erinnern, dass wir noch vor, ich glaube, bei einer letzten Podcast-Aufnahme vor zwei Wochen haben wir noch gesagt, ach, das hält nicht. Die beiden, das geht auseinander. Ja, das ist wahr. Und das stimmt natürlich. Ein Kind kittet dir es ja nicht. Das ist, ja, da hast du hundert Prozent recht. Obwohl, ich muss dazu sagen, Patrick ist diese Woche unglaublich aufmerksam. Der macht die ganze Zeit was und fast schon so, wo ich mir denke, so, ach, sie hat einen Arzttermin, sagt er so, ach, hättest du auch was gesagt, dann hätte ich mir freigenommen, hätte ich begleitet. Wo ich mich fast schon denke, so, also kann ich jetzt mal alleine noch zum Arzt gehen? Krass. Aber so, so total fürsorglich. Hm. Hm. Also so ist er doch sonst nicht. Nee, das stimmt. Vielleicht hat er den siebten Sinn, das ist ja auch schon wirklich. Weiß es ihm einfach nicht. Der wird ja sich so krass freuen. Das war so ein Drama damals, deswegen haben die sich doch getrennt. Ja, der wird sich freuen, aber auch da in der Vorschau, ich ja, das wird noch ein Drama geben. Ja, das glaube ich auch. Aber er erfährt es nämlich nicht von ihr. Oh. Ja. Oh Jilly, weißt du, ganz ehrlich, wenn mir diese Sachen passiert wären, was ihr passiert ist, dann würde ich ganz ehrlich einfach, dann würde ich ganz ehrlich einfach auch mal sagen, ja, aber weißt du, ich finde es sehr schwierig, weil, also sie sagt auch ganz klar, sie muss sich erstmal im Klaren sein, was sie möchte und dann kann sie Patrick sagen. Das verstehe ich auch. Das verstehe ich auch. Weil ich bin auch immer so, ich sage immer your body, your body, your choice, das ist ja schon die Entscheidung von der Frau. Aber ich glaube, Patrick, der gerade eh so ein Misstrauensproblem hat, das ist, also ich sage mal, stell dir vor, die entscheiden sich jetzt für das Kind. Also sie sagt nur, du Schatz, ich bin schwanger, alle freuen sich, happy, happy, happy. Und irgendwann kriegt er raus, dass sie eine Woche lang sich eigentlich dagegen entschieden hatte. Ich glaube, der flippt aus. Ich glaube auch. Und ich glaube, er versteht es nicht. Weiß irgendjemand von dem Abtreibungstermin? Die Lucy. Die war es die ganze Woche da gewesen für sie. Ja, also schwierig. Ja, das stimmt. Ja. Dann gibt es eine Story um Schrotti. Oh, da habe ich dir ein Foto mitgebracht. Ich zeige es dir gleich. Also ich habe von zwei neuralgischen Momenten in dieser Woche habe ich dir Fotos gemacht. Das ist eine richtig gute Idee. Ja. Richtig cool. Und zwar Schrotti hat ja immer noch auf seinem Schrottplatz, wie sagt man da, Geldprobleme, Steuernachzahlungsproblemchen. Und das führt jetzt irgendwie auch zu großen Reibereien zwischen Trixi und Schrotti, sodass Trixi die Woche sagt, du kannst mich mal, ich gehe jetzt. Und die beiden waren ja auch richtig verheiratet. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wären nur zusammen. Aber die waren richtig verheiratet. Und dann will Leo unbedingt das wieder kitten. Dann soll erst Diego einen Liebesbrief schreiben. Oh Gott, nicht schon wieder. Und da sagt aber, das merkt Trixi sofort, sagt du ganz ehrlich, den hast du nicht selber geschrieben. Also ist auch süß beim Briefschreiben. Also man merkt, dass der Schrotti noch nie in seinem Leben auch nur eine romantische Zeile verfasst hat, weil er nur die ganze Zeit Sachen sagt, wo man sich denkt, wow. Und Diego kann es wirklich. Da gibt es schon jemanden. Romantiker gibt es viel zu wenige. Ja. Wann hast du deinen letzten Liebesbrief bekommen? In der fünften Klappe. Ja, ich wollte auch gerade zeigen. Nee, das stimmt nicht. Ich habe von meinem ersten Freund immer Liebesbriefe bekommen. Grüße gehen raus. Das war 2012. Lustig. Vielleicht machen das nur erste Freunde. Jetzt ehrlich gesagt, wo ich drüber nachdenke. Mein erster Freund, der hat mir auch mal, als wir getrennt schon waren, hat er mir, den habe ich noch, einen Brief geschrieben. Der ist so herzzerreißend. Ich habe dich auch noch irgendwo. Oh mein Gott. Also in der fünften Klasse habe ich immer Liebesbriefe bekommen von meinem damaligen Händchenhalten-Freund. Und dann echt 2012 nochmal. Und das war's. Und ich sage ja auch ständig, ich will mal einen Liebesbrief, aber ich glaube, das kann ich mir richtig abschminken. Wer macht das noch? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen wir uns mal gegenseitig Liebesbriefe schreiben. Zeig mir jetzt das Foto. Ja, genau. Ich muss erst die Geschichte erzählen. Naja, jedenfalls. Und dann, also die beiden sozusagen, sie trennt sich und sagt, das wird auch nichts mehr. Und Leo will aber eigentlich, dass das, also, dass das wieder klappt. Dann gibt es einen kleinen Vorfall dann, weil Leo sich sehr bemüht, dass Schrotti wieder mit Trixi zusammenkommen kann. Und der wird irgendwann davon so, ist so genervt, dass er Leo sehr fies vorwirft. Und dann sagt er, hey, einerseits willst du hier, dass ich wieder meine Ehe retten soll. Und du selbst kriegst deine ganzen familiären Bande überhaupt nicht hin. Überleg mal, mit welchem Menschen du aus deiner Familie noch Kontakt hast. Und das hat auch nichts damit zu tun. Ja, und er sagt es so böse und gehässig. Da war ich richtig erschrocken, muss ich sagen. Und ich war sehr erstaunt, dass die Leo nach einer kurzen Zeit des Böseseins darüber dann gesagt hat, stimmt, eigentlich hat er recht. Was? Fand ich krass. Das finde ich auch krass. Fand ich sehr reflektiert. Fand ich habe nichts damit zu tun. Naja, er war so genervt, so mind your own business. Achso, ja. Ja, ja. Also so wäre es, aber ich fand es, also ich hätte es nicht gekonnt, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ich hätte nicht so weit, würde ich sagen, ja. Ja, ja, sauer gewesen. Naja, und so kommt es dann eben, dass Schrotti kurzzeitig in die WG zieht, weil er ja irgendwie jetzt irgendwo unterkommen möchte und muss. Und dann ist er ganz schön, wie sagt man denn da so, kleinen Finger, ganze Hand. Oh ja, das kann ich wahrscheinlich. Du Kevin und Leo, ihr seid doch quasi eh wie verheiratet, ihr könnt euch doch eigentlich ein Zimmer teilen. Oder sagt er das zu Olli und Paco? Ich glaube jetzt zu Olli und Paco, ihr seid doch verheiratet, ihr könnt doch ein Zimmer und dann kriege ich hier ein Zimmer für mich und meine Mädels oder sowas und macht hier einen auf Playboy. Und das finden alle schon ganz gruselig und schrecklich. Und dann gibt es eine Situation, die so ausschaut, wo Schrotti dann zum Baden rumliegt, so. Und jetzt sieht Benita gerade diese Szene, wo Schrotti mit Sonnenbrille und Leoparden unter Höschen, so eine Leopardentanga mit so einem Bombeck. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das sehen wollte. Ja, weiß ich auch nicht, aber jetzt siehst du es. Leo denkt sich auch nur so, danke, danke Jesus. Spätestens in der Situation sagt Leo, das geht so nicht, der muss hier wieder weg. Und deswegen gibt sie alles, damit irgendwie Trixi und er wieder zusammenkommen. Und die hatten sich wohl mal ursprünglich kennengelernt im Autokino. Und dann deichselt die das irgendwie so, dass er eigentlich das Autokino für sie, also für Leo macht. Und Kevin holt dann Trixi auf den Schrottplatz. Klappt erst nicht, klappt dann doch. Okay, und am Ende, Ende gut, alles gut. Die beiden versöhnen sich im Auto auf quietschende Art und Weise. Sexuell. Sexuell, korrekt. Ja. Genau, also deswegen, das ist alles wieder gut. Und jetzt musst du ein bisschen stark sein. Wiederum eigentlich, vielleicht müssen wir gar nicht stark sein, weil wir jetzt ja selbst in den Urlaub gehen. Aber Leo in dieser ganzen, sie vertragen sich wieder, Happy End Geschichte, kommt Leo zum Schluss, dass sie doch tatsächlich das Schrott ihr vielleicht recht hatte mit ihrer, sie kriegt ihre eigene Familie nicht in den Griff und möchte jetzt sich wieder mit Elli versöhnen. Und dazu fliegt sie nach Amerika. Nach Thailand. Nach Thailand. Für wie lange? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie direkt morgen fliegt ohne Kevin. Mehr wissen wir nicht. Deswegen sage ich. Ja, aber sie kommt zurück, oder? Ach so, dann habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das nicht so sein könnte. Also ich bitte dich. Ja. Ja. Nein, also das. Also das würde ich jetzt nicht überleben. Nein, also ich glaube, das müssen wir auch nicht überleben. Aber bloß, ich weiß nicht, wie lange sie weg ist. Das passiert ständig. Einfach geht welcher. Ja. Ich komme wieder zurück. Ja. Finde ich nicht okay. Letztens hat jemand im Podcast im Instagram geschrieben, wo ist eigentlich Bo? Mhm. Ja. Weg, ihr Lieben. Das heißt, ihr müsst meine Stimme nie wieder verwechseln. Nee, genau. Weil es gibt es nur Benita und nicht mehr Bo. Genau. Ja, genau. Das ist nur noch B. So, Benita. Nachdem du wieder da bist, weil ich habe es ehrlich gesagt letzte Woche, habe ich keine Werbung gemacht. Du hast keine Werbung gemacht? Nee, ich war so mit Tara im Flow, dass wir keine Werbung gemacht haben. Das heißt, was ich aber im Urlaub dabei hatte. Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das ist ja so praktisch, weil ich, also wie ihr gesehen habt auf Instagram, war ich ja in Südfrankreich und dahin fährt man bekanntlich ziemlich lange. Und das Schlimmste auf so einer Autofahrt, vor allem, wenn es heiß ist, ist einfach, wenn das Wasser warm wird. Oder? Oh ja, das ist doch richtig. Ich finde es so ätzend. So pipi-warmes Wasser. Und wir hatten alle, ich habe natürlich allen uns die Deinzigartig-Flaschen eingepackt, weil die Deinzigartig-Flasche, Active heißt die, die hält nämlich das Wasser bis zu zwölf Stunden kalt. Und das klappt wirklich. Ich habe es auch schon öfter gesagt, aber jetzt im Auto, das ist so geil und so perfekt. Und damit man die nicht verwechselt im Auto, hatte jeder eine andere Farbe, jeder anderes Design und natürlich jeder seinen eigenen Namen auf der Flasche. Und das könnt ihr auch haben. Mit dem Code PODCAST spart ihr 20 Prozent bei Deinzigartig und ja, viel Spaß beim Shoppen und vor allem für die nächste lange Autofahrt. Glaubt mir, das ist Trick 17. Klingt, als bräuchte ich sowas auch. So, Benita, jetzt kommen wir noch zu uns sozusagen zwei Darlings an dieser Stelle. Zum einen Oskar, zum anderen Sammy. Aber ich fange erst mit Sammy an, weil Oskars Geschichte, die ist zu wild. Also Sammy ist tatsächlich jetzt nach dieser ganzen Larissa-Geschichte, die ist total, diese Plätze mit Cleo, Best Friend, macht mit Oskar so Scherzchen und so. Also die ist voll die Gute jetzt, so richtig die Gute. Und integriert und so. Und integriert und alle mögen sie und irgendwie keiner schimpft mehr über sie. Und Sammy wird aber fast über den Haufen gefahren von einem Typen im Auto und schüttet sich den Kaffee oder Cleo rettet sie quasi und sie schüttet sich den Kaffee drüber. Aber das Ganze ist gar nicht so schlimm, weil... Weil der Typ ist süß. Richtig. Nein. Exakt so ist es. Wie sich man rausstellt, ist das Lucas Cousin Rico. Lucas Cousin. Lucas Cousin Rico. Und den findet sie, da ist sie schockverliebt und datet den auch so. Also er sagt dann so, ach, kann ich das wieder gut machen? Der ist dann eigentlich auch ganz nett, aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen nett. So Bad Boy? Ja, der ist schon Bad Boy und das Problem ist, die gehen dann auch ins Vanity zusammen und es ist ein bisschen komische, undurchschaubare Situation. Der trifft dann nämlich auch noch so eine Ex-Techtelmechtel und sagt so, hey Baby, ja, bis bald oder so. So ein bisschen, also man hat so das Gefühl, der hat so viele... Ist der Player schon auch? Ja, ist ein Player. Ist ja dann süß. Ja, und jetzt kommen wir eben zu der Sache. Der ist ganz sympathisch und Benita, den kennen wir irgendwoher. Oh, jetzt geht's los. Ja, und ich dachte, ich habe ja vorhin gesagt, ich hätte zwei Fotos, aber ich warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, das ist der Ding. Wer ist das? Das ist der, das ist hier, oh mein Gott, der war bei Ex on the Beach und der war bei, das ist Chris, Chris heißt der und der heißt auf Instagram Chris Gray und der war bei Ex on the Beach und der war bei, ich glaube, bei... Mit wem hatte der bei Ex on the Beach was? Ja, hier mit Tara. Die heißt Tara, Tabitha, die österreichische Reality Queen. Ach der, die so, jetzt der! Und der war bei Beauty and the Nerds, war der auch. Ach der! Der! Und ich kann mich nie entscheiden, ob ich den sympathisch oder unsympathisch finde. Ich tue mir mit dem so schwer, weil manchmal sagt der so Sachen, wo ich denke, oh der ist echt gar nicht so dumm. Ja. Der ist ganz schön klug. Aber manchmal ist der auch so krass unsympathisch. Jetzt, danke, Vinita. Ich hab die ganze Zeit geguckt und mir gedacht, den kenn ich doch und vor allen Dingen, das war so eine unangenehme Situation von kenn ich. Weißt du, das ist eben, man guckt Ex on the Beach, die ganze Staffel und irgendwann denkt man, man kennt sich. Man kennt sich aber zum Glück in dem Fall vielleicht auch gar nicht. Aber ja, ich dachte, den kenn ich doch. Doch, ich kenn den von Beauty and the Nerd. Der ist Stripper. Ich glaube, der war auch schon bei... Der ist Stripper? Der ist oder war Stripper. Ah, okay. Er macht überall Stripper-Einlagen. Also daher kenne ich ihn, aber ich kannte ihn auch schon davor. Der war auch schon mal in einer anderen Dating-Sendung. Ach stimmt, das hat er ja auch bei Ex on the Beach gemacht. Hab ich ja ganz verdrängt. Der auch, aber der war auch schon mal in einer anderen Dating-Show. Okay. Also es ist schon so ein kleiner Reality-Boy. Ja. Genau, und das ist eben der Crush von Sammy. Deswegen, der hat dieses Jahr so polarisiert bei Ex on the Beach, weil er gesagt hat, aufgespritzte Lippen gehen gar nicht wegen meinem Küssen. Ja, genau. Wegen den Stichkanälen. Und ich war so, was? Ich kenn mich damit leider gar nicht aus. Ja, ich mich auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Unterschied ist zu natürlichen Lippen. Das ist doch wie, keine Ahnung. Also ich hab das ja auch gesehen. Ich hab die ganze Diskussion darüber auch gesehen. Ja, keine Ahnung. Aber jedenfalls, das ist der. Ja. Und Sammy ist deswegen eben schockverliebt. Und ja, auch da im Ausblick kann ich auch sagen, irgendwie ist es sehr unsurchsichtig. Ich kann dir noch nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der uns länger da hier, wie sagt man, da beehrt. Oder ob das nur ein kurzes Stippvisite ist. Wie die immer wieder überall auftauchen. Wie der hier, der Joko aus der Werkstatt, der war ja auch bei. Stimmt. Are you the one? Ja. Hm. Hm. Weiß nicht. Aber vielen Dank. Also das ist jetzt, das ist sehr, sehr gut, dass du wusstest, ähm, wo der ist. Ja, ja. Ich lieb's, wenn sowas passiert. Also schau, hat sich gelohnt, dass ich dir zwei kleine Schnipsel heute mitgebracht habe. Einmal den halbnackten Schrotti und einmal den, ja, Chris. Heißt er Chris? Also er heißt in echt Chris. Ja, genau. Ja, und in der Serie heißt er. Ah, ja, Rico. Genau. Da heißt er Rico. Er heißt Chris, genau. Ja. Oder Chris. Chris. Okay. Na gut, also jetzt sozusagen bist du auf dem Semistand der Dinge. Und jetzt kommen wir zu Oscar Baby. Ja, natürlich. Okay, und da passiert diese Woche sowas Absurdes. Also letzte Woche muss ich vielleicht nochmal sozusagen ins Boot holen, ähm, kommt A, Larissa sozusagen wird endlich, äh, äh, erwischt von der Polizei, wie sie Sachen stiehlt und endlich ist das Mobbing mit Cleo auch zu Ende und Oscar und Cleo nähern sich so an und es kommt so zu, ich glaub nur fast einem Kuss, aber so, nee, hm? Und diese Woche sozusagen, äh, möchte Oscar eigentlich sich für Cleo entscheiden und ist auch voll guter Dinge und denkt sich so, ach, macht sie schön, Parfum hoch 10 und es klingelt an der Tür und jetzt rate, wer vor der Tür steht. Eine Ex. Sarah. Richtig? Weißt du das? Keine Ahnung, ich hab geraten. Oh, ja. Du weißt doch, Podcast-Orakel, aber diesmal rückwärts. Ja. Ja, die Sarah steht vor der Tür, die Lehrerin und sagt, Oscar, ich weiß auch nicht, was mich gemacht habe, aber ich will nur dich. Nein. Doch. Und dann wird's, finde ich, ein bisschen schlimm, weil Oscar dann kurzzeitig nicht mehr weiß, was will er eigentlich. Dann hat er da zwei Damen. Schon wieder? Ja, und vor allen Dingen so eine unangenehme Situation. Oscar bestellt Sarah zum Reden ins Loft ein. Die beiden trinken Cola. Da kommt es ungeschickterweise dazu, dass Oscar Sarah die Cola ins Dekolleté schüttet, dann kurz ihr das wegtupfen will, dann sagt sie, ach so, nee, ist vielleicht unpassend, dadadadada. Ja, okay, Sarah verschwindet ins Bad. Abgang Sarah. Es klingelt. Cleo steht vor der Tür. Und Cleo, die sozusagen davor sich mit den Mädels besprochen hat, wie sie da jetzt mit der Situation umgehen sollte, weil sie hat mitbekommen, dass Sarah wieder da ist, nimmt sich ein Herz und macht Oscar ein Liebesgeständnis. Jetzt ist die eine im Bad und die andere da. Und Cleo wertet das Ganze als Absage und sagt, okay, sie reagiert so krass. Sie sagt so, okay, Oscar, sorry, dass ich dir eine unangenehme Situation bereitet habe. Ich wünsche dir alles Gute, dann tschüss. Ist gar nicht böse, sondern echt lieb. Und dann kommt es mit der Sarah Kemper zu so einem Fasskuss, was auch immer. Und der findet die doch nur geil. Ja, tatsächlich. Ehrlich gesagt, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und in der Situation erkennt Oscar dann, wen er wirklich will. Cleo. Stürmt zu Cleo und sagt, Cleo, ich will nur dich. Und dann sind sie zusammen. Und dann sind sie zusammen. Ach krass. Siehst du, das sage ich doch. Ich wusste, dass das bei der Lehrerin hauptsächlich sexuell war. Das merkt man wirklich. Man merkt das so, dass er das, wenn, also als sie da ist und so, er findet sie einfach hartgeil. Ja. Die ist ja auch heiß. Aber halt, naja. Aber das mit Cleo, das ist ja viel Zukunftsversprechen. Ja, und weil er fand sie, also Cleo, überleg doch mal, dieses Musical. Guck mal, hast du ja für die gemacht? Hat schon mit dem Musical? Ja. Als noch alles gut war, schon da. Die sind beste Freunde. Und jetzt da, er war so ein Held. Sie war ihm so wichtig. Ja. Und dann ist es auch ganz nett, dann gibt es in der Schule noch so einen Anti-Mobbing-Workshop. Den finden alle total lächerlich. Und das Gute aber an diesem Workshop ist, auch wenn er blöd ankommt, es vertragen sich alle. Also auch die, die Cleo gemobbt haben, am Ende des Tages sind alle Best Friends, Happy End und alle voll glücklich. Wie schön, das freut mich auch richtig für Cleo. Und auch, dass sie Oscar bekommen hat. Ja. Total. Das ist mal ein richtig gutes, ich finde, das ist so. Ich kann gleich mal sagen, Cleo ist meine Gewinnerin der Woche. Ach, das ist aber schnell vorausgenommen. Vielleicht auch nicht. Eine Frage noch. Das muss sich überraschen. Ja genau, aber das ist eine Frage noch an dich. Also Cleo macht ja, Oscar, das Liebesgeständnis. Wie stehst du da aus eigener Erfahrung dazu, Liebesgeständnis, wenn man nicht so genau weiß, wie der andere es sieht, aufnimmt? Machen oder nicht machen? Ja, machen. Safe. Also ich bin immer dafür, dass man mutig ist, weil ich glaube, es ist ganz, 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 ganz wichtig, das Leben zu kurz, um das nicht zu sagen. Liebe, hast du eine unangenehme Situation, aber du hast es gesagt. Ich würde es nicht machen. Ich weiß, ich hätte auch Schiss, aber ich würde es immer machen. Ich glaube, ein anderer sagt so, ja, nee. Also ich habe auch zu meinem Freund zuerst gesagt, dass ich ihn liebe. Also ich habe, also, ich meine. Okay, das hatten wir ja schon mal das Thema. Ich habe noch nie zu meinem Freund zu lieben. Also ich war, ich habe es zuerst gesagt und ich wusste auch nicht, ob wir schon soweit sind oder so, aber ich habe dann auch schon auch gesagt so, hey, er hat es dann auch erwidert. Und dann habe ich gesagt, du, schön, aber das, ne, das habe ich nicht gesagt, damit du es sagst, sondern, weil ich wollte, dass du es weißt. Ja. Ja, weil offensichtlich kann ich nichts für mich behalten, Callback, das ist mein Problem. Ich kann sowas nicht für mich behalten. Ich habe schon immer mal, ich habe auch schon zu Typen gesagt, so, ich habe meine Liebe gestanden, aber ich habe schon mal gesagt, so, hey, du und ich, das wäre schon was. Das wäre schon, überlegt, denk doch mal drüber. Ja, so wäre ich dann eher, ehrlich gesagt, ich drehe sowas dann immer eher auf so, ha, 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 so super, 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 überzeugend, dadi, dadi, da, Spielchen, ha, 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 Iroh. Und wo man am Ende immer noch sagen kann, war alles so ein Spaß. War alles so ein Spaß. Das ist ja auch so ein Exzept. Nee, ich finde das richtig schön, ich finde es auch, also, ich finde das richtig mutig, ich rechne sowas, ich kann es ja keinem böse für sein, wenn er dir seine Liebe gesteht. Nee, aber unangenehm halt, wenn man es nicht erwidern kann. Ja, aber finde ich trotzdem krass mutig. Ja, ich finde es auch krass mutig. Ja. Ach, und eine lustige Situation, die habe ich leider nicht im Bild, aber die kannst du dir leibhaftig vorstellen. Eine Situation, die war so absurd. Und zwar, Beate ist im Kiosk mit einem Mettbrötchen, Trixi stürmt in den Kiosk und das Mettbrötchen kommt zum Fall und die beiden kommen, es kommt zum Fight zwischen den beiden. Schon wieder. Ja, aber die beiden, das ist einfach geil. Das glaube ich. Also das ist so, Beate sagt dann, die hat mir mein Essen zerstört, die Blöde. Ich liebe Beate. Ich würde auch um Mettbrötchen kämpfen. Echt nicht? Boah, ich liebe Mettbrötchen. Das finde ich abartig. Da wäre ich voll Beate und ich, wenn ich Bro. Ich esse kein Fleisch, deswegen ist für mich Mettbrötchen. Ja, stimmt, das ist natürlich, aber ich mag auch veganen Mett. Ja, das wollte ich mal machen. So Zwiebel und so Zwiebel geht es auch. Ja, und so Reiswaffeln. Ja. Ist auch richtig lecker, habe ich auch schon gegessen. Oh, das würde ich mal essen. Das ist wirklich geil. Ich weiß nicht, ob ich es selber kann, aber ich habe es bei einer Freundin gegessen. Das ist echt geil. Also mir ist es ja immer egal, ob das vegan ist oder Fleisch ist oder es soll nur schmecken. Also ich bin da auch sehr bereit für die vegane Alternative. Die war auch echt sehr geil. Ja, weil ich auch bei Mett hauptsächlich, glaube ich, die Zwiebeln mag. Ja. Deswegen. Okay, dann haben wir, glaube ich, ehrlich gesagt die ganze Woche. Echt? Das war die Woche. Oh mein Gott, aber es ist schon viel passiert auch. Es ist viel passiert und es war sehr nett, sehr lustig. Ich finde, es haben sich diese Woche, finde ich, war eine schöne Woche. Es haben sich so viele Leute gefunden. Ja. Also es war so. Das ist halt schön. Auch mal schön, wenn sowas passiert. Ja, das hatten wir so selten. Wir haben immer eher so, oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber es haben sich Lea und Ray gefunden. Jill will ihr Kind behalten. Schrotti und Trixi sind wieder zusammen. Oskar ist mit Cleo zusammen. Und Sammy ist die Gute und hat sich auch noch ein bisschen verliebt. Ja, schön. Sollen wir dann zu den Kategorien kommen? Ja. Wer hat es gesagt, das Zitat der Woche? Tja, Benita, du hast mir, glaube ich, kein Zitat mitgebracht. Ich habe dir kein Zitat mitgebracht, außer Was blanc, s'il vous plaît, was mein Satz die ganze Woche war. Aha. Das ist von mir. An den Kellner. Ein Original, Benita. Okay, ich habe dir eins mitgebracht. Und da darfst du lustig raten, denn es heißt Du Kackvogel. Hm, wer könnte das gesagt haben? Kackvogel. Klingt nach was, was Beate sagen würde? Nein. Klingt nach was, was Lucy zu Jill sagen würde? Nein. Oder Du Kackvogel. Ich finde das ein bisschen, es ist so, ich finde das eine gute Beleidigung. Mir ist eine gute Beleidigung. Ich, ähm, von den Geschichten her, wer hat sich denn so gestritten, also gestritten? Ja, richtige Annäherung. Wahrscheinlich gestritten, irgendwie, aber vielleicht, war es zu Schrotti? Mhm. War es Kevin zu Schrotti? Mhm. Der hat mich gehört, Leo zu Schrotti? Mhm. War es zu Schrotti? Mhm. Trixi? Ja. Wow. Ja, Trixi sagt zu Schrotti, du Kackvogel. Ja, das fand ich auch witzig. Das fand ich witzig, ja. Fand ich auch sehr lustig. Dann kommen wir zu Gewinner und Verlierer der Woche. Du hast ja, Gewinner hast du ja schon quasi. Hab ich schon gedroppt, ne? Also würde ich auch so bleiben. Ich finde Cleo, das hat sie sich verdient. Ja. Kriegt sie jetzt mein kleines Sternchen. Dann mach ich sozusagen, ich, sozusagen, wir nehmen symbolisch ein Herz und machen es ganz. Und für mich ist Oskar der Gewinner. Und die beiden. Oh mein Gott. Ich war eine Woche weg, irgendwas hat sich nicht geändert. Oskar sind wir noch an den Kassgewinner. Nein. Ja, ja, ich weiß. Ich würde auch Cleo sagen. Ich weiß. Ja. Und dann Verlierer. Wer hat verloren? Da muss ich jetzt kurz nochmal nachdenken, weil ich es mir natürlich diesmal irgendwie nicht vorbereitet habe. Ich denke, vielleicht Schrotti, weil ich das absolut nicht mag, wenn jemand so undankbar ist. Also weißt du, wenn du dann sagst, ich mag jemandem bei dir wohnen. Also du lässt jemandem bei dir wohnen oder gibst dem irgendwie einen kleinen Finger und dann nimmt er so die ganze Zeit, ist so dreist, das mag ich eh nicht. Ich glaube deswegen dann Schrotti. Ja. Und auch wenn er zu Leo so unter der Gürtellinie war. Ja, das war wirklich, also ich fand es erschreckend. Also das könnt ihr gerne mal auch schreiben. Sagt mir auf Instagram mal, fandet ihr das auch so erschreckend, wie Schrotti Leo niedergemacht hat? Also so unerwartend. Ich meine, einerseits sagt er immer so, oh meine Kleine und du, die, du, die, du. Und dann sagt er sowas? Ja, eben. Mein Verlierer der Woche ist auch Schrotti einerseits und andererseits allerdings auch Luca, weil also der ist einfach, ja, hat es verkackt, er hat es verloren. Sorry. Ja. Also, ja, naja, großes Mitleid habe ich ehrlich gesagt nicht. Das stimmt. So, Annika. Es geht noch, ich erzähl dir noch, wie es nächste Woche weitergeht, schnell. Wir reden jetzt gleich über die nächste Woche, aber das Ding ist, nächste Woche gibt es keinen Podcast. Und übernächste Woche gibt es auch keinen Podcast. Wir machen zwei Wochen Sommerpause. Weil, genau, für mich geht es nämlich morgen tatsächlich schon weiter in den Urlaub. Ich bin ja wirklich nur 24 Stunden nur für euch praktisch da. Und Annika geht auch nochmal in den wohlverdienten Urlaub. Und deswegen machen wir Sommerpause. So wie jeder Podcast übrigens gerade. Und ich weiß, Leute, ich höre ja auch tatsächlich ein paar andere Podcasts. Und ich bin auch sauer, dass nie neue Folgen kommen. Aber da müsst ihr leider mit uns durch. Ich hoffe, ihr seid einfach selber alle im Urlaub. Und habt sowieso keine Zeit für Podcasts. Ja, man muss sagen, zwei Wochen. Also, ihr müsst zwei Wochen, die nächsten zwei Freitage stark sein und ohne den Podcast auskommen. Ihr könnt auch gerne nochmal die letzten 78 Folgen, 79 Folgen einfach mal rückwärts anhören. Wenn ihr großes Zeitlang habt. Und ansonsten sind wir in zwei Wochen schon wieder oder ein bisschen drei Wochen dann schon wieder da mit der neuen Folge. Und wenn alles gut geht, kann ich vielleicht, ich will es nicht jinxen, aber ich glaube mit einem richtig coolen Gast. Uh. Ja. Das hast du auch ohne mich hier organisiert. Ja, ich mache hier alles ohne dich. Wenn du im Urlaub bist, mache ich dir das ganze Ding klar. Kannst du es einfach. Ja. Dann lass uns aber trotzdem noch über die nächste Woche sprechen, weil vielleicht ist das ja in zwei Wochen tatsächlich noch relevant. Ja. Also, Jill kommt mit Schmerzen ins Krankenhaus. Und man weiß nicht so genau, was da so ist. Ist vielleicht, was weiß ich, Abgang oder was sonst was. Und Patrick findet zu Hause, ich meine, es ist das Ultraschallbild. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, wenn Patrick jetzt erfährt, dass Jill da zu Hause ein Ultraschallbild hat, ich glaube, dann flippt er aus. Das stimmt. Aber ich glaube, seine Freude wird überwiegen. Glaubst du? Mhm. Ja. Also, ihr könnt es uns ja mal wieder schreiben. Wir haben ja auch die letzten Urlaube immer von euch ganz viel, ganz tolle Einträge bekommen, die uns praktisch täglich geschrieben haben, was passiert ist. Das war sehr süß. Können ihr auch gerne wieder machen. Würde mich interessieren, wie Patrick darauf reagiert. Weil ich glaube, er würde sich mehr freuen über das Kind, als dass er traurig ist. Ja. Ja, vielleicht. Also, ich würde es Jill, ich würde es allen wünschen, aber ich habe ein bisschen Sorge. Dann erteilt Rico, Sammy eine Abfuhr, weil er eben lieber was mit dieser, also mit seiner Prinzessin, ich finde ehrlich gesagt, wenn Männer zu seinen Frauen, ihren Freundinnen, was auch immer, Liebesaffären Prinzessin sagen, finde ich immer schon ganz strange. Mensch, weil er lieber was mit seiner Prinzessin hat und dann sieht man das, ach, so ein bisschen shady. Er hat da so einen komischen, so einen Bademantel in Gold Versace-Optik an und lässt sich einen Blowjob von seiner Prinzessin geben. Wer ist seine Prinzessin? Ja, irgendwie, ich glaube, es ist die, die wir kurzzeitig Vanity im Club gesehen haben, die er da getroffen hat. Ich kann es dir nicht genau sagen, ob das seine Ex-Freundin ist oder seine immer noch ongoing Freundin oder irgendwie einfach mit der, was auch immer. Ach. Prinzessin, ja. So darf nicht nur mein Papa nennen. Oh, jetzt ist was anderes. Ja. Nee, also ich weiß nicht, deswegen bin ich sehr gespannt, was mit Rico ist, also auch da bitte, halte uns mal auf dem Laufeln. Ja, ob der auch bleibt und so? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss er auch ins nächste Reality-Format. Vielleicht, vielleicht macht er nur kurz Pause bei Köln. Und dann kommt es zu einer Vermischung von privat und beruflich, Lea und Ray, also ich meine, jetzt sind sie irgendwie Geschäftsführerin und Bargeberin. Dumm. Und dann folgt natürlich auch wieder Sex in Vanity. Und sie ist ja auch die Chefin, weißt du, wenn du deinem Freund einen Job bei dir in der Firma besorgst oder so, dann bist du irgendwie dem gleichgestellt. Andere Abteilung, sag ich immer, ja, go do it. Aber das Chefangestellt, das ist einfach, boah, darüber haben wir schon so oft geredet und es, ja. Genau. Im Aspekt haben wir vorher nicht genug rausgearbeitet, wie dumm das ist. Tatsächlich und sozusagen, wer spielt hier den Anstands-Wau-Wau an der Stelle ist es Paco, der dann sagt, Lea, du musst jetzt wirklich dich mal hier irgendwie ganz klar machen und zwischen Job und privaten unterscheiden, das geht so nicht. Das ist ja auch so. Soll er doch im Kühnen arbeiten. Na, ist einfach unprofessionell, unangenehm für alle. Stell dir mal, du bist da Mitarbeiter und dann siehst du deine Chefin, ach nee. Und dann hat sie wenigstens, und die haben ja schon auch, die haben ja da auch schon gefügelt im Männchen und so. Dann hat sie wenigstens, weißt du, im Kühnen dann, aber so hat sie einen Blick wahrscheinlich deshalb. Ich glaube auch, und das will sie. Ich glaube ehrlich gesagt, die Lea ist so jemand, die würde ich so einschätzen, dass sie das auch richtig gut findet, dass ihr Mann, Freund, was auch immer, unter ihr arbeitet, in ihrem Laden. Das ist so, das feiert die voll. Das glaube ich auch. Und ich glaube dir, oder anders gesagt, ich glaube dir, was ist das auch für ein Satz, ich glaube nicht so ganz, dass der Ray am Ende des Tages damit gut klarkommt, weil A, er wird weniger verdienen, als er als Caller verdient hat. Und er war auch mal selbstständig. Eben, er war selbstständig. Und dann so, ich sag mal, unter Leas Fuchtel, A, ich weiß nicht, ob das gut geht. Wir werden es nicht sehen. Doch, wir sehen es in zwei Wochen, wenn wir natürlich wieder weiterschauen. Bis dahin, haltet uns auf dem Laufenden, genießt die nächsten zwei Wochen. Wir werden es auf jeden Fall tun. Wir schicken euch sonnige Grüße. Und ja, dann gehe ich jetzt weiter praktisch Urlaub machen. Ich muss nämlich noch Koffer packen. Genau, du machst da deinen Koffer. Für dich geht es ja morgen schon weiter. Für mich geht es dann erst nächste Woche los. Und wir alle zusammen, ich wollte gerade sagen sehen, das ist jetzt ein bisschen vermessen, aber wir hören uns am 10. September wieder. Ganz genau. Genau. 10. September, tragt es euch in den Kalender. Oh, das ist jetzt fast gereimt. Und was sich gereimt ist, gut, wissen wir schon seit Pumuckl. Deswegen, Leute, macht es ganz gut. Happy Summer und bis ganz bald. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.